Herzlich willkommen zu einem Neumond-Horoskop für Mitte Juli bis Mitte August gilt diese Prognose. Wir haben am 17. Juli den Neumond im Zeichen Krebs. Da begegnen sich eben Sonne und Mond im Krebs. Und was bedeutet Krebs? Krebs steht für die Seelentiefe, die Gefühle, aber auch die Familie, dort wo du auch genährt wirst. Also das ist ein sehr inneres Zeichen, ein Zeichen, wo es um dein individuelles Fühlen geht, das, was du auch aufnehmen kannst in dich, so könnte man das sagen. Und da findet eben jetzt der Neumond statt. Und dieser Neumond, ich kann es gleich mal beraten, ich weiß, ich klinge wie eine kaputte Schallplatte, aber da haben wir ein paar Konstellationen drauf. Du hast vielleicht mein Video über Juli auch gesehen, dass da ein paar schwerere Konstellationen kommen, so Ende Juli. Und die bahnen sich bei diesem Neumond schon an. Das heißt, wir haben da Vorzeichen drinnen. Und das kann durchaus sein, dass das stark spürbar ist. Wir haben ja gegenüber vom Krebs, also von dort, wo sich Sonne und Mond treffen quasi, im Zeichen Steinbock jetzt wieder den rückläufigen Pluto stehen. Und der macht eine Opposition quasi zu Sonne und zum Mond. Und jetzt kannst du dir vorstellen, Pluto steht ja für die Macht, aber auch das Erbe und die Familienprogramme. Und das im Steinbock, das sind so alte Machtstrukturen, das ist das Drängen nach Macht, das Streben der Macht, das eigentlich so dem seelischen Ausdruck widerspricht, in der Opposition gegenübersteht. Also da geht es darum, man begegnet womöglich Machtstrukturen, man begegnet gewissen Vorstellungen auch im Familiensystem oder natürlich dann auch politischer Natur, die einfach dem Individuum widersprechen, beziehungsweise die auf das Individuum auch einen gewissen Druck ausüben. Und mit Pluto, Opposition, Sonne und gerade im Steinbock ist das schon eine sehr geladene, sehr angespannte Zeit, kann man sagen. Das ist auf jeden Fall eine Zeit, wo sich auch so Partnerschaftsfamilienprogramme, also wo die gut betrachtet werden können, beziehungsweise wo man da auch gut was transformieren kann. Und vor allem eben auch so die romantische Beziehung, also auch dein Bild von Beziehungen, und zwar romantischer Natur, aber auch im Freundeskreis und dann natürlich auch im Familiensystem, kann man sich jetzt in diesem Monat gut anschauen, beziehungsweise da wird ein Wandel reinkommen. Das kann sein, dass da Freundschaften wegfallen, dass sich soziale Konstrukte verändern, dass da irgendwas in Bewegung gerät, wo man dann schaut, okay, da merke ich einfach, mein Umfeld, mein persönliches Umfeld ändert sich. Und ja, das werden wir wahrscheinlich erleben. Also da ist jetzt eine Zeit, wo wirklich diese Muster, diese Programme auch transformiert werden oder aufbrechen. Also wenn vielleicht auch Konflikte schon länger schwellen, das kann sein, dass da ein Druck draufkommt und dass sich da einfach etwas tut. Noch dazu ist ja Pluto so im österreich-deutschen Raum, so ein bisschen im ersten Haus, und das ist Lebensenergie. Das ist eben auch der Wandel der Lebensenergie, Transformation der Lebensenergie. Und da sollte man eben auch aufpassen, eben Knochenbrüche, Unfälle, solche Sachen, da würde ich einfach ein bisschen achtsamer sein. Und das kann auch natürlich dann auf Reisen ein bisschen achtsamer sein, dass da nicht irgendwie Gewalt oder so etwas so hoch eskaliert. Und das nächste, was wir da haben, also was auch noch drinnen ist, ist eine Opposition Mars-Saturn. Und der Mars steht, und Mars-Saturn ist auch so eine, ist eine wahnsinnige Anspannung. Und der Saturn steht ja gerade noch im Fischehaus. Und das ist ja so, das ist ja so diese innere Wirklichkeit. Das sind noch einmal so die Träume, das ist auch so ein bisschen so die Inspiration, die wir haben. Und da ist eben der Saturn drinnen, der eben sagt, mach dir, werde klar, träume nicht herum, werde realistischer. Und da drückt der Mars in einer Begegnung drauf. Also das wäre natürlich etwas, wo ich sage, noch dazu, wie es jetzt steht, wäre das durchaus eine Möglichkeit, wo ich sage, okay, da geht es vielleicht auch einmal um Vorstellungen von materiellen Dingen. Das heißt, werde materiell realistisch. Mach dir klar, was wirklich notwendig ist. Also das kann durchaus sein, dass da so ein Druck raufkommt. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch, zügle deine Wut. Also Saturn sagt auch, bremst dich bitte ein, ärgere dich nicht so, halte deine Kräfte zurück. Da habe ich auch übrigens zu dieser Zeit, also so Mitte Juli bis Mitte August, eine Karte dazu gezogen. Und die spiegelt das eigentlich wieder, dieses Beherrsche dich selber. Das ist so der Herrscher. Und das ist eine Mars-Karte. Und das ist jemand, also wenn du dir die Karte anschaust, da geht es jetzt um eine Person, um jemanden, der weiß, dass er potent ist, dass er Kraft hat, dass er was machen kann. Der sich aber beherrscht. Also der ist einfach selbst beherrscht und herrscht jetzt nicht durch seine Kraft über andere unbedingt. Und das würde ich dir empfehlen, denn das ist schon eine Zeit, eben mit Pluto-Opposition zur Sonne und Saturn-Opposition zu Mars, wo es zu so Prinzip-Streitereien wiederkommen kann, wo einfach dann, wo man sich einfach so die Schädel gegenseitig einschlägt, im wahrsten Sinne des Wortes, um so Prinzipien-Reitereien. Und sowas würde ich auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, bündle deine Kraft, schau einfach mal, was ist dir da wichtig, wo möchtest du hin, was ist für dich sinnvoll. Und eben das spielt sich sehr stark so im Inneren, im Seelenleben auch ab, beziehungsweise dann, also in dir, emotional und außerhalb von dir in deinem Beziehungsleben. Was auch noch wichtig ist, wir haben ein Jupiter-Quadrat zu Merkur und der Jupiter ist ja gerade im Stier. Das heißt, es ist auch so ein bisschen, ja, vielleicht zu überschwängliche Ankündigungen, alles was jetzt so Werte oder sowas angeht, da sind wir wieder dabei, dieses Gaukelspiel um die Werte, um etwas sehr Wertvolles. Also lasst dir da nichts aufs Auge drücken oder irgendwelche neuen Trends, die dann womöglich schnellen Erfolg oder schnelles Geld versprechen. Also für sowas sollte man da einfach ein bisschen Acht geben, denke ich, in dieser Zeit. Was ja noch dazu kommt, was auch noch das Emotionale ein bisschen aufrüttelt, ist ja der Uranus. Der Uranus steht ja nämlich genauso, also so vierte Häuser steht im Stier, das haben wir schon öfter gehört natürlich, aber der steht direkt an der Spitze zu vier und vier, ist ja auch das Krebshaus eigentlich im Radix, wenn du dir das anschaust. Und da geht es natürlich auch noch einmal um aufgewühlte Gefühle noch dazu, weil dieser Uranus ein Sextil macht zu Sonne und Mond. Und das ist zwar eine positive Energie, wo man sagt, da kann ein frischer Wind reinkommen, aber durch diesen Druck mit Pluto, der da drauf ist auf der Sonne und auf dem Mond, was eben auch so Familienerbe, Familienthemen sind, das heißt, das ist so eine Zeit, wo man auch so alte Themen sich anschauen kann, durch diesen Druck drauf bringt der Uranus da sicher eine gewisse Leichtigkeit rein, kann allerdings auch sein, dass man eben zu vorschnellen Handlungen neigt, zu vorschnellen Schlüssen neigt. Und wo wir dann wieder bei diesem Konflikt- und Streitthema sind. Auf der positiven Seite muss man natürlich sagen, da ist viel Kraft da. Also da ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich bin so erschöpft oder ich bin so müde, sondern es wäre eine gute Zeit, eben wirklich diese Kräfte zu spüren, Kraft aufzutanken. Wir haben ja Sommer, wir haben diese Sommerzeit, alles ist hell und heiß und lebendig und das Leben pulsiert auch in den Straßen. Also das ist eine gute Zeit, wo ich sage, okay, diese Kraft auch wirklich ein bisschen genießen zu können, aber eben nicht zu übertreiben, also das auf jeden Fall. Und wirklich zu schauen, ich habe Energie, ich bin jetzt auch nicht so erschöpft oder nur fertig, sondern wo kann ich mit dieser Energie hin, wie kann ich diese Energie am besten nutzen, wo kann ich am besten jetzt wirklich so meine Kräfte, meine Energien einsetzen. Also das wäre auf jeden Fall ein gutes Thema bei diesem Neumond-Horoskop. Was noch dazu kommt auf Sonne und Mond, und du siehst, Sonne und Mond sind diesmal sehr, 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 sehr bestrahlt und belastet. Wir haben ein Neptun-Quadrat, ein Neptun-Trigon, pardon, zu Sonne und Mond. Also Trigon ist ja an sich was Positives und Neptun ist im Fische und steht im zweiten Haus. Ja, ich muss jetzt schon wieder auf der Kohle herumreiten. Also das glaube ich schon, dass es da darum geht, dass da die Inflation noch nicht vorbei ist, dass es da auch nochmal darum gehen wird, dass dann noch mehr einfach so von Vermögenswerten aufgelöst werden beziehungsweise sich auch verwandeln können und dass diese Lebenskraft auch noch einmal dadurch reduzierter wird. Also wir haben zwei Komponenten. Wir haben das konkrete Geld, also was ist meine materielle Potenz, wenn du so möchtest, und was ist deine innere Potenz, deine seelische Potenz und deine Lebensenergie. Und da wirst du merken, Lebensenergie wird mehr, aber das kann eben sein, dass das Äußere da ein bisschen weniger wird, dass das nicht so ganz zusammenpasst. Und das kann eben auch dann noch einmal zu diesem Druck führen. Aber es ist eben die Zeit, jetzt nicht vorschnell zu handeln, in eine Richtung vorzupreschen, sondern wirklich klar bei sich zu bleiben, also bleib bei dir und schau einfach mal, Kraft ist da. Und das ist eben wie eine neutrale Batterie oder wie ein voller Tank beim Auto, kannst du dir das vorstellen. Und du musst einfach schauen, wo möchtest du denn jetzt hinfahren mit diesem Tank. Also so kann man sich das vorstellen. Möchtest du weiter weg, möchtest du näher ein Ziel erreichen. Und diese Energie soll einfach jetzt einmal geplant werden und kann dann auch wieder in die Aktion reingehen. Nur, wie gesagt, wir haben da diese Bremsen, diese Spannungen drinnen. Und es wird eben, wie gesagt, ich habe zwar Kraft, aber es kann auch anstrengend sein. Also besinn dich bitte auf das, was du in der Hand hast, nämlich deine Power, deine Kraft, deine Durchsetzungskraft. Und wenn du dir das vorstellst, okay, materielle Werte lösen sich auf oder da wandelt sich noch mehr. Deine Kraft ist da, deine Kompetenz ist da, deine Klarheit ist da, dein Seelenlicht ist da, deine innere Stärke ist auch da und du bist sicher dazu aufgerufen, dass du da zu etwas, dass du da bewusster handelst, dass du eben, dass du eben ähnlich wie dieser Herrscher vielleicht verweilst ein bisschen, ein bisschen statisch bist, aber trotzdem dir bewusst bist, dass du diese Power in dir trägst und dass auch dieser, wenn du das so möchtest, dieser Thron sehr, um in dieser Symbolsprache zu bleiben, dass dieser Thron eigentlich sehr massiv ist. Das heißt, auch wenn da was wegbricht, im Grunde wirst du gut dastehen und es wird auch passen. Also das, so würde ich das jetzt einfach mal interpretieren, dieses Neumond-Horoskop. Aber keine gute Zeit für Krieg, also keine gute Zeit für diesen Ukraine-Konflikt, sehr viel Spannungen und Aufladungen, also generell keine gute Zeit für Konflikte, diese auszutragen, noch dazu, wenn das ein offener Konflikt ist, wie eben gerade in der Ukraine. Ja, das wäre mal so meine Prognose Mitte Juli bis Mitte August. Schauen wir mal, was sich im August so tut. Danke fürs Dabeisein. Ich freue mich natürlich über deine Kommentare. Wie empfindest du denn jetzt gerade so die Zeit? Und ja, schreib es mir gerne unten rein. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ereni. Danke, tschüss, bis nächstes Mal. Danke, tschüss, bis nächstes Mal. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Vielen Dank.